Ich hätte Lust auf Nüsse. Alkohol meinte ich für gewöhnlich. Wenn ich kann. Hey, da bist du ja schon. Letzte Tür links. Und wo steht der Fernseher? Dafür steht einer gleich gegenüber. Und ich hab ein Fernglas. Ich kann das nicht mehr hören. Der lügt schon, wenn er Luft holt. Und schreiben Sie auch für uns etwas? Welches Thema? Diese Gegend schwimmt im Geld. Es gibt Männer wie mich, die wissen, wie sie es rauskriegen. Ist sowas nicht illegal? Sie sonnt sich immer splittern nackt. Was einige der schwarzgebräunten einheimischen für eine Touristenattraktion halten. Das kann ich nachvollziehen. Lass die Finger von ihr. Gestern ist immer aus dem Weg, ist nicht unsere Kragenweite. Und es ist kein Geheimnis, dass Sie bald heiraten werden. Ein wunderbares Geschöpf. Ich interessiere mich für sein Boot. Wir waren alle schon mal auf ihr drauf. Eine wundervolle Erfahrung. Wir sind in Amerika. Wir sind in Puerto Rico. Nein, wir sind in Amerika. Und eine kleine Wette? Dass Sie vor mir losschreien. Und wenn ich gewinne? Danke für die hübschen Rosen. Ich habe Sie lieben lassen. Lass Sie nichts annahmen. Danke. 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 Vielen Dank.